den Nummer war noch nicht mal durch uha ha 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 und nö die Kamera ein bisschen verarschen was ist jetzt hier hier runterkommen nein man wir müssen die Knöpfe alle zusammen drücken warte mal sind ja nicht Symbole wir müssen alle gleichzeitig drücken Sonne, Mond und Sterne du musst da unten Porteil und da oben Porteil machen dass du nach oben kommst dann dann müssen wir drücken und dann müssen wir durch und durch und drücken oh Ball du hast schon einen Ball am Kopf geh weg, dein Kopf ist schon ein Ball hey der Spieler hat ihn der Spieler haut nein sehr gut ihr wachst wahrhaft als Team zusammen dank des Spiels für euch der scheinbar die ganze Zeit geht das in der Baran du hast einen Kopf der sieht aus wie eine Kugel der Spieler hat ihn der Spieler trifft das Tor nicht nein er trifft es nicht hier frisst hier frisst oh mann du Penis ich bin guck mal ich bin Peabody nicht Pdidi sondern Peabody ich bin der Roboterrapper ja für dich hör auf ich weiß wie das geht Mensch dann mach du da guck ja falsch du bist so blöd wie jetzt hier danke ja brauchst du etwas ja ne Cola guck mal sie stehen sogar falsch aua traust du mich ja oh nein und die behindert die Teile komm gib mir mal so komisches Ding hier damit kannst du die weglasern laser die mal weg stirb ihr Knechte die gehören zu uns nö nein man nein man ihre Vernichtung ist Teil des Tests sie sind für euch nicht wichtiger als ihr für mich nein man das Portal muss doch da hin da da muss doch eins hin das andere muss da hin siehst du wie blöd bist du eigentlich wo ist eigentlich hinten bei dir offen aua hallo 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 ich kann aber mitteilen dass es für einen von euch sehr sehr gut aussieht für mich weil ich gut aussehe hat's auf jeden Fall recht stirb hallo hallo die hat gesagt auf jeden Fall für uns einen sieht's gut aus und das wirst nicht du sein ich war der letzte an der Kamera aber du bist einfach bei mir viel zu leise das frage ich mich nur warum keine Ahnung doch vielleicht hat sich bei dir was eingestellt ich weiß nicht was ihr da glaubt zu tun aber es gefällt mir nicht hört auf damit nein man ich hab doch gewonnen ihr habt eine so wundervolle Partnerschaft entwickelt in der einer von euch die Denkaufgaben bewältigt und der andere bereit ist ins Getümmel zu watschen sollte der Test in ein Fressfest umschlagen ja du bist so fett Mama was ist das? ja guck mal geh mal drunter ist ne Dusche ja guck mal hier kommt auf jeden Fall hier kommt ein Portal hin definitiv boah oh nein ok du gehst da rein oh nicht du hast Blu gerade eine richtige Lektion in Sachen Vertrauen erteilt dafür erhältst du 17 Kollaborationsprojekte so jetzt gehst du da rein nein los ich hab dich doch nicht da oben ich hab dich doch nicht gesehen da oben rein mit dir nein geh rein mit dir du bist die fette Kugel hallo du bist Player 2 ich bin P-Buddy ok geh 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 nein ich mach nix guck mal ich stehe auch hier musst du da nicht ein Portal hin setzen wenn du wieder hochkommst keine Ahnung warte mal nimm mal deine Portale weg du musst glaube ich da unten hinter dir hinter dir musst du glaube ich eins hinsetzen und oben da nein zurück du musst zurück rum an die Fläche kommst du da noch dran ja und nicht da was machst du da keine Ahnung keine Ahnung geh mal auf den anderen da drauf du hast gesagt geh mal auf den anderen drauf noch einmal nötig ich hab nichts gesagt ich hab die Portale schon gesetzt da falsche Richtung jetzt sagst du das machen �� dann nene geh noch mal runter jetzt aber jetzt bloß jetzt los da wird ja gerade bei mir lecks gerade nach der download abgeschlossen geht auch das macht auch hinter dir hinter dir das feld das hat er oben hat angeschossen wo verwirrt manchmal hatte weiße fläche mensch so mit leuten arbeiten wie du einmal mit profis arbeiten du hast zum beispiel eben zwei chancen hinweispunkte eingebüßt ja du bist du bist jeder schlankfinger von uns nicht ich ich mache alles richtig da bin ich und ich bin atlas ja also du bist wie ein schlechter katalys wie ein schlechter atlas vor wieder immer schlechter doch ohne das ist kein spiel mit dir nein wieso nicht mit mir ich bin noch eine weiße fläche ich habe angst wenn ich mit ihr spieler alter bist du hässlich warte 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 mach weg mach weg ich geh in die grütze warte mal passt das denn da vorne ja wenn du durch gehst dann ist das grad schon oben wenn mir leckt es gerade aua aua was machst du denn da ich sterbe du musst das ganz hoch fahren ja merke ich auch schon gerade ist da nicht irgendwo eine weiße fläche warte aber nicht so weit ne ok reicht nimm das ding weg ich habe angst vor dir nimm das ding weg haha wie hätt ich irgendwo vorher ne fläche setzen müssen ja doch da drüben einfach rein hinsetzen und dann fahr ich mir die plattform wieder hoch und dann ein anderer blatt oben ist ja komm ich durch hey hallo feiner ok wotzi warum leckt das denn jetzt bei mir so saumäßig weiß ich nicht ganz im ernst die wissenschaft liegt dir irgendwas ist grad äh mächtiger machen ich weiß das nicht ich auch nicht keine ahnung ich hab grad äh geschweige denn 10 fps durchgehend ok auch gut außer dem ladebildschirm mhm ja da gehen die mir in den keller eben ne da hab ich 30 da hab ich kein ruckler mehr jetzt hab ich 60 ja also 60 wieder und 30 so fps was macht ihr denn grad im hintergrund bei mir ist der blöd keine ahnung der verarscht mich doch hier mhm ich hab 12 fps was ist das fürn krack ich weiß es nicht ich will euch nicht einmal sagen was ihr sucht wenn ihr es können wir mal kurz grad machen ja leute habt gehört wir machen hier ganz kurz einen cut und bis gleich bis zum